Immer diese gleiche Diskussion, es reicht mir! Ich habe nichts mit diesem Troopergate zu tun und selbst wenn, würde ich euch das auch nicht sagen. Wartet ab, ich beweise es euch. Diese Akten habe ich in den letzten Monaten erstellt. Immer und immer wieder habe ich mir alle Videos angeschaut und habe die kleinsten Bemerkungen einfach mir notiert. Diese Akten werden das Troopergate endgültig schließen und beweisen, dass ich kein Terrorist bin. Du bist am Troopergate dran, habe ich gehört, ne? Ja, das muss endlich geklärt werden. Also es geht nicht anders. Spannend. Das ist spannend. Alter, ist das viel, ey. Boah, der Kmetcher ist alles her. Aber wo sind der Kaffee und die Donuts? Kaffee und Donuts? Digga, wir können doch nicht ermitteln ohne Kaffee und Donuts. Dirk, du hast recht. G solltest Ja, das ist mein Bilysbruch.